Fackeln sind eine gute Idee. Warte. Hier kann man schön zur Arbeit gehen. Und ich mach noch ein paar Leitern, weil... Wie schön ist das? Niemann gebaut. Nimm's wieder. Ich mach noch ein paar Leitern, okay, weil mit Leitern können wir dann runtergehen. Nimm doch diese Dinger, damit die wachsen sogar auch noch. Ja, aber das Ziel ist, eine Leiter vom Grund bis oben zu bauen. Ja, aber das zählt auch mal das Leitern. Egal, nimm ich beides mit. Vor beiden 24. Okay. Hier lang. Ich bin der Führer. Ich entscheide, wo es lang geht. Nein, ich baue jetzt erstes kurz da hier. Moment. Ich gehe jetzt endlich dieses scheiß Skelett killen. Tschüss, fall runter. Lass mich nicht allein, ich hab Angst. Schwer zu dich. Ja, hier, super. Ich liebe solche Leute, die sagen, wo bist du? Hier. Schau, ich seh dich doch. Ja, ich bin auch hier. Du gehst falsch. Ich geh nicht falsch, ich geh meine Richtung. Ich geh auf meine Weise. Ganz langsam, ganz langsam. Stück für Stück hopfen wir. Ganz. Ich hopf einfach schon mal runter. Nein, du hüpfst jetzt nicht runter, du wartest auf mich. Ja, okay, ich bin aber schon irgendwo anders. Ja, ich seh dich. Du rennst einfach halt weg, ne? Und ich hab'n Dia gefunden. Oh, du! Oh! Wo bist denn du jetzt schon wieder? Ich bin Dia gefunden. Ich bin Dia gefunden. Also, bist du voll gekostet Deutsch? Ich hab' Eisen. Da. Dann bau's ab. Ja, nee. Hab' ich keine Lust, da hochzuklettern. Ne? Muss ich hier immer alles abbauen. Ja. Hier ist noch Kohle. Ich wette, wir finden die ganzen Rohstoffe auf der Karte hier. Da oben ist ein Zombie. Und der hopft, glaube ich, gleich auf mich drauf. Der bespringt... Ist der endlich mal bei mir? Der bespringt mich gleich. Okay. Wenn du das sagst. Au. Da ist eine Melone. Oh, mein Gott, er hat seinen Kopf gefunden. Sorry, das muss nicht sein. Äh, versteh' ich nicht. Ja, das war klar. Boah, da hinten... Ich hab' Wald gefunden! Ich hab' Gold! Ich hab' Gold! Ich hab' Angst, das abzubauen. Darfst du nicht mit der... Du hast nicht die Eisenspitzsacke. Äh, toll! Und wieder muss er irgendwas machen. Aber ich hab'n Pilz. Damit kann man sich ne neue Pilzsuppe machen. Ich hab' hier auch einen viele Pilz. Welche Farbe hast du? Rot und zu Hause liegt ein Brauner. Ja, ich hab' hier auch tausend rote. Ja, toll. Den roten bräuchte ich mich nicht mitnehmen. Doch, nimm alle mit. Oh Gott, oh Gott. Die Melone. Er wird total gestorben. Nein! Hast du dein Schwert weggeworfen? Nein! Dann hat der Zombie 1 verloren. Na toll, und wozu bauen wir uns die Dinger nochmal? Ich weiß es nicht. Also, wenn das da oben der Baum ist, dann... Ich kehr' um, weil ich hab' Melone. Melone gibt's, glaub' ich, nicht so viel auf der MRP. Oh, da ich geh' um, weil ich hab' mir kein Essen dabei. Oh, da ich geh' um, weil ich hab' Melone. Ja, richtig. Oh, ich hab' ein Schild gefunden. Und ne neue Insel. Ich bin bei dir. Da steht drauf, ich weiß es eh schon, aber wo? Only the skilled can make the jump. Warte, warte, warte. Ich komme schon. Mach nichts unübersicht. Ja, jetzt, komm. Professor, da ist ne Kiste. Da ist ne Kiste. Sollen wir da springen, oder können wir auch ganz feige eine Brücke bauen? Springen. Wow, ich... Dann komm' her. Ich geh' erstmal zurück nach Hause. Ich hab' immer noch Melone und Diamanten. Toll. Dann, dann, dann kommst du her und dann nimmst du meine Sachen und dann spring' ich. Das wird nicht klappen. Doch, das klappt. Das klappt garantiert. Guck mal, wie weit der Wasserfaller ist. Ach so. Ich sollte ein bisschen Erde oder irgendwie was mitnehmen, damit ich da irgendwie noch hochkomme, weil ansonsten hab' ich ne Arschkarte. So. Also. Dann baue ich auch gleich Melonen an. Oh, das machen wir eben. Von wegen, es sind nur drei. Da ist noch eine. Ich baue schnell Melonen an. Ja, tu das, aber beeil dich. Ich pinkele mir grad in die Hose. Vor Angst. Okay. Interessant. Leute, wenn ihr das hier seht, äh... Leck. Ja, super, bei mir ständig. Ich nerv' dich auch nicht damit, weißt du. Ja, ich wollt's nur sagen. Ich wollt's nur sagen. Und Äpfel. Ich brauch' Essen. Ich futter jetzt einfach mal sechs Äpfel. Drei Äpfel. Ja, okay. Ich frisch's weg. Kein Willen. Du bist jetzt gestrungen. Nein, aber ich war so kurz davor. Ich war so kurz davor, da runter zu fliegen. Oh mein Gott. Was machst du denn? Du wartest doch nur auf mich. Oh Gott. Ich hab' grad so ein... Siehst du? Schau mal in die Richtung. Oh, nicht doch am Ärmel. Nee. Oh mein Gott. Hier ist aber... Wie weit ist deine Renderdistanz? Renderdistanz was? Nein, wie weit kannst du schauen? Siehst du dieses komische fliegende Etwas da? Da drüben? Diese ganz kleine Baum... Dieses ganz kleine Fuzzel da. Ja. Ja, das seh ich. Was ist das? Das ist, glaub' ich, ein Diamant. Und hier ist Gold. Ja, das hab' ich... Das war das, was ich hier vorgesagt habe. Ach, das war das. Oh, ich schubf mich nicht runter. Na, so wie's aussieht ist ein Diamant-Weiß-Blau ist. Und mit nem Schild obendrauf. Und ich hab' kein Optifine. Ich kann das nicht erkennen. Ja, er hat schon Optifine. Hö, ö, ö, Optifine ist gar... Also, wo, wo, wo? Da, da hinten. Okay. Da ist ein Zedelt. Da wolltest du den Skilljump machen. Skilljump, ja. Und dann guckst du dir mir zu und dann... Wenn ich sterbe, brechen wir... Ö, brechen wir dieses Let's Play ab. Jaja. Sprich, bitte nicht. Es macht schon Spaß, ob du sie mitnimmst, ne? Ich beschäftige mich zu wenig mitnimmst, zu schauen, Tobi, ne? Wir reden nur über mein Schuss, Niko, Fisch zu schließen. Okay, warte, ich mach' ihn dir einfacher. Ey, ich will keinen einfachen Ding. Hallo? Lässt du das mal? Okay, aber das ist noch zu schwer. Nein, jetzt mach' das wechseln, da komm' ich nicht ins Wasser rein, du fisch. Natürlich kommt's für ein Wasser. Nein, da komm' ich nicht ins Wasser. Vor allem, was willst du machen, wenn du nur Wasser bist, da kommt's ja gar nicht. Dann komm' ich raus. Bist du verrückt? Hör auf! Jetzt komm, spring! Ich hab' so viel Zeug. Nein, das ist zu weit für mich. Ja, du bist unfair, aber den lass' ich... Ja, ich hab's geschafft. Jetzt, jetzt, tu das weg, damit ich nicht springen kann. Ich will nicht cheaten, so wie du. Warte, ich geh cheatet. Und du kommst jetzt her und nimmst das Zeug. Kann ich nicht. Damit ich sterben kann. Ich bin schon drüben. Kiste, Kiste. Oh, du bist so gemein! Jetzt komm' her! Ich, ich will das auf legale Weise machen. Du bist voll der Cheater. Ja, komm, komm, ich warte hier. Ich kann doch nicht. Ich möchte bitte springen, aber du stehst mir da im Weg mit dem... mit dem Ding da. Willst du's vielleicht einfach mal abholzen? Ich komm da nicht hin. Ja, dann geh und mach, Junge! Wie soll ich das denn tun? Voll die Holzverschwendung. Ich komm nicht ran. Gut, und jetzt hau ab. Leg dein Zeug lieber woanders hin. Gib's nicht mir. Ja, toll. Und wo soll ich's jetzt hinlegen, du Backfisch? Ohne Kiste und leg's da hin. Ja, bräuchte ich mehr Workbench, so. Ich räum schon mal hier aus. Pilze sammeln darf ich, oder? Ja. Ich weiß sogar schon, was in der Kiste ist. Nein, weiß ich nicht. Es ist mir egal, du lässt es jetzt einfach. Natürlich. Wie kommen wir endlich wieder zurück? Ja, deswegen muss man eh ne Brücke bauen. Ich hab so das Gefühl, dass, wenn ich jetzt da auch springe, dass meine Frames so runtergehen werden, dass ich einfach... Ach, spiel. Ja, kann passieren. Da links von dir liegen Samen. Oder, ja, andere Seite. Genau, die hinsen damit. Oh Gott, ich hab so scheiß Panik! Oh Gott! Freu dich an! Los, auf! Du schaffst es! Gott! Erde! Geronimo! Nein, ich bin lebt daneben gesprungen! Scheiße! Ich bin daneben gesprungen! Wie scheiße ist das denn? Ich hab gesagt, spring nicht. Ich mach das so lange, bis ich das nicht schaff, Mann. Hey, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wieso Zeit? Was hast du denn mit deiner Zeit? Ach, war ein Witz. Hampty Dumpty und so. Alter, meine Mütter ist nicht da! Wir haben zwar erst drei, aber, äh... Wie, was drei? Drei Uhr. Achso, ich dachte drei Folgen. Hast du den Timer an oder so? Ja, 50 Minuten, aber ich hab ihn zu spät angemacht. Na, okay, das ist dann okay. Ich weiß auch nicht, wann wir angefangen haben. Wohin? Alter! Ich will diesen Scheiß... Ich war so knapp. Ich war so... Ich baue einfach den gesamten Baum ab. Und es wird Nacht, scheiße. Ja, das ist mir jetzt sowas von egal. Ich will diesen Scheiß-Sprung schaffen. Und ich verbringe die Nacht einfach auf der Insel, da kommt schon keiner. Äh... Ähm, ich gehe dann mal nach Hause. Na, singt mich auch nicht, ich hab kein Schwert. Du hast ein Schwert in der Kiste. Oh mein Gott, die Spinne! Äh, ich mag die nicht! Hilfe! Oh Gott, ich stürze, ich stürze, ich bin... Ich hole mir gerade noch ein bisschen, äh... Oh, ich dachte gerade wegen den... Also... Ganz ehrlich, ich baue mir jetzt überall einen Weg hin, damit ich mich sicher fühle, weil ich bin hier so kurz vorm Runterfallen immer. Und ich farme, okay? Fleißig. Ich baue die gesamte Insel ab. Au. Ich bin gerade runtergefallen. Ich baue mir jetzt überall echt diesen Scheiß-Weg hin, damit ich... Darf ich die Kiste jetzt ausplündern oder nicht? No, darfst du, aber ich will trotzdem auf die Insel kommen mit dem Jump. Bis du da bist, ist die Insel nicht mehr da, ich baue mich komplett ab. Nein, die brauchst du nicht komplett ab, die war so sexy! Willst du vielleicht nach Hause kommen, hier wird es nämlich gerade dunkler und so. Ich komme nicht zurück, sonst müsste ich eine Brücke bauen. Dann kannst du es nicht mehr schaffen. Was mache ich jetzt so lange? Den Sprung machen. Ich komme nicht hin, da sind überall Monster. Ja, mei, Monster. Bringst du mich um, wenn ich das Eisenschwert verliere? Hm, vielleicht. Wahrscheinlich schon. Wir haben gar keine Kohle, oder? Haben wir Kohle? Ja, wir haben Kohle. Niemand hat Kohle. Dann tue ich das Eisen einschmelzen. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist alles aus, weil ich habe so viel Eisen, äh, und... Nein, nicht Eisen, ich meine Cobblestone. Der ist auch wertvoll hier. Ich mache mir ein Holzschwert. Wo hast denn da eigentlich die Cookies her? In der Kiste. Die bitte nicht essen, die sind doch schön. Nein, die esse ich auch nicht. Außerdem teilen sie nur ein halbes Herz. Ja, das sind eigentlich von Arsch. Das habe ich schon auf dem letzten Server entdeckt. Doch, ich habe mich Holzschwein, ich bin bewaffnet. Ich gehe jetzt da. Du hättest dir ruhig ein Eisenschwert machen können. Nein, weil ich dann nur wieder sterbe. Oh, ich hasse es, diesen Weg zu gehen, weil der nicht sicher ist. Ja, also die Sicherheitsvorschriften hier müssen... Äh, nein, 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 ich springe immer runter. Warum springe ich immer runter? Die Insel existiert nur noch so halb. Jetzt, du... Lass die Insel in Ruhe. Wir brauchen die Rohstoffe. Piep, Mann, das ist mir egal, ob du die Rohstoffe brauchst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, der Zombie hat mich gesehen. Du brauchst die Rohstoffe genauso. Nein, er hat mich gesehen. Fick dich. Bitte Piepton einfügen. Piep. Ja, der kommt ein bisschen zu spät. Das hat keiner gehört. Sie hat, äh, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass alle ganz hübsch sind. Du hast Fu gesagt. Oh Gott, oh Gott, ich... Diese Scheißspinne! Wie sollen wir denn da runter... Wie sind wir denn davor und runtergekommen? Mit Skill. Oh. Ich zumindest. Einfach mal irgendwo runterhotzen. Okay. Du, es macht es mir eigentlich nicht gerade leichter, wenn du das Ganze... Lebst du noch? Oder wohnst du schon? Nee, andersrum. Die hat fast den Abgrund runter. Aber Tobi, es ist echt unfair, dass du diesen Sprung hier nicht... Du solltest einfach springen und nicht hier... Er hat nicht gesagt, dass verboten ist. Er hat gesagt, nur Leute mit Skill schaffen das. Da habe ich gedacht, nee, ist nur was für dich. Verarsch dich doch nicht. So, die Insel besteht jetzt aus Holz. Ja, jetzt geht er weg. Jetzt komme ich. Warte, das muss ich aufnehmen. Okay. Ich leuchte dir den Weg. Ich muss aufnehmen, wie ich dir runterfällt. Ja, ich leuchte dir den Weg. Oh Gott. Leg dein Zeug weg. Ich habe nur das Schwert. Oh, ich habe Seil. Moment. Da hast du recht. Ich werfe deine Fackel in der Luft zu. So, die bringt mir was. Ich traue mich nicht. Du bist so aufgeregt. Ich zittere. Oh, nee, ich erst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe jetzt ironischerweise 12 Frames. Wow, das muss ja klappen. Ich sage nicht, wie viel ich habe, sonst bist du down. Das ist Sparta.